Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir beschäftigen uns heute noch einmal mit dem Gesetzentwurf der ARD zum Rettungsdienstgesetz. AfD, kurz zusammengefasst geht es hierbei um die Hilfeleistungsfrist beim Einsatz von Notärzten. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich vorweg sagen, es ist der Koalition ein wichtiges Anliegen, einen guten und einen effizienten Rettungsdienst in unserem Land zu haben. Dazu gehört auch, dass diese und die gesetzlichen Rahmenbedingungen regelmäßig auf den Prüfstand gestellt werden und wir die Rettungsdienste nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Aber genau das, meine Damen und Herren, tut die Landesregierung gegenwärtig, indem sie sich den besonderen Herausforderungen, die der Rettungsdienst mit sich bringt, stellt und an einer Reform des Rettungsdienstgesetzes arbeitet. Zu dem uns vorliegenden Gesetzentwurf hat an gleicher Stelle die Kollegin Heike Scharfenberger von der SPD in der ersten Sitzung gesprochen und danach haben wir uns auch noch einmal ausführlich im Innenausschuss mit der Materie befasst. Im Ergebnis, meine Damen und Herren, ist dem Gesagten eigentlich nichts hinzuzufügen, haben sich doch auch durch die Ausschussbefassung keinerlei neuen Fakten ergeben, Frau Dr. Groß. Meine Damen und Herren, wir verfügen in Rheinland-Pfalz über einen effektiven Rettungsdienst. Ja, einen Rettungsdienst, der mehr als nur gute Zahlen bei der Hilfeleistungsfrist aufzuweisen hat. Das ist in einem ländlich geprägten Land wie dem unseren absolut keine Selbstverständlichkeit und wir sind darauf absolut stolz und dankbar. Unser Rettungsdienst, in unserem Rettungsdienst in Rheinland-Pfalz wird nämlich hervorragende Arbeit geleistet. Um die Qualität der Erstversorgung nicht nur zu sichern, sondern zu steigern, werden zukünftig nur noch Notfallsanitäter ausgebildet und die Berufsgruppe des Rettungsassistenten läuft aus. Nach und nach wird die Zahl der Notfallsanitäter steigen und so die ohnehin hohe Qualität der Rettungsdienste noch anheben. Die eben genannte tiefgehende Ausbildung führt dazu, dass die Notfallsanitäter, aber auch die Rettungsassistenten alle relevanten notfallmedizinischen Maßnahmen, die präklinisch notwendig sind, ergreifen und durchführen können. Und das ist das ganz entscheidende Argument. Es gibt daher, meine Damen und Herren, überhaupt keinerlei Gründe, die die Annahme rechtfertigt, dass nur ein Notarzt die richtigen Maßnahmen treffen kann, um Leben zu retten. Das ist ganz wichtig. Man darf sich hier eben nicht in die Irre führen oder verängstigen lassen, Frau Dr. Groß. Vor diesem Hintergrund, auch dem Umstand, dass die Landesregierung bereits mit einer Novellierung des Rettungsdienstgesetzes befasst ist, wird die Koalition dem Gesetzentwurf der AfD nicht zustimmen. Es handelt sich schlichtweg um den falschen Ansatz, werte Kolleginnen und Kollegen der AfD. Gleichzeitig fordern wir aber auch Sie auf, alle hier Versammelten auf, auf sich konstruktiv in diesen Reformprozess des Rettungsdienstgesetzes mit einzubringen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.